Machen Sie mir ein Whisky? Mann, oh Mann, Sie trinken aber ganz schön was weg, hm? Meinen Sie nicht, dass Sie jetzt genug haben? Ich mach Ihnen mal die Rechnung. Ich hatte aber heute sowas von Pech. Mann, hatte ich ein Pech! So ein Pech! Na, dann erzählen Sie mal. Ich dachte schon, Sie fragen überhaupt nicht. Also, als ich morgens auf die Arbeit gegangen bin, da haben sie mich rausgeschmissen. Dafür waren die ersten acht Bier. Wenn ich nach Hause hatte es meiner Frau erzählt, dann hat die mich verlassen. Dafür waren die 14 Bier danach und die fünf Borden. Machen Sie mir noch Whisky? Das ist jetzt aber wirklich der letzte, hm? Ja, klar! Und dann, und dann haben Sie mir noch mein Auto geklaut. Dafür waren dann die doppelten Jägermeister und die anderen sieben Bier da. Und wofür waren die zwei Whisky? Mein Portemonnaie ist auch wack. Dankeschön. Vielen Dank! Karte! Vielen Dank! Vielen Dank!